Dann probieren wir das nochmal. Geht aber nicht. Geht auch nicht. Wo können wir dieses verdammte Schlüssel-Emblem benutzen? Das Schlüssel-Emblem geht auch nicht hier. Nein. Okay. Er träumt. Geht alles nicht. Wo sieht wer, wo dieses verdammte Schlüsselemblem her hinkommen könnte? Es muss doch bestimmt irgendwo einen Weg geben. Nur, dass ich ihn nicht sehe. Oder können wir den Schlüssel hier benutzen? Nein. Hätte ja auch sein können, dass er auf magische Art und Weise Geil, wir sind wie lange in diesem Spiel? Und ich weiß jetzt schon nicht weiter? Ich brauche die Maus gar nicht. Warum halte ich die Maus fest? Warte. Eine Sache will ich testen. Jetzt gehen wir hier rauf, wenn das geht. Ja. Okay. Können wir? Nein, das geht nicht. Aber hier können wir. Okay. Ich kenne das Spiel auch nicht. Wir haben kein Zahnrad mehr bei uns und wir brauchen zwei. Nice. Also zurück, das Ganze. Alte Richtung. Ich hole ich mir gleich. Alte Taste. Andersrum. Ich habe vergessen, dass man hier ja hochgehen könnte. Okay. Eins. Zwei. Ist gut, Mausi. Erst weiter schlafen. Ja. Jawohl, es ist warm. Ah, Schlüssel? Nein, nicht Schlüssel. Okay. Doch, Schlüssel. Nein, das ist nicht richtig. Was hast du denn da? Was hast du denn da, Pretty? Oh, schnurrst du? Ja, ich kann wegen dir nicht ordentlich spielen. Aber es ist jetzt neu, dass du so kuschelig bist. Oh, legst du dich vor mich? Das ist viel angenehmer, hm? Das ist es nicht. Wie macht man denn den Totenkopf? Oder kann ich den selbstständig drücken? Nein, oder? Nein, kann ich nicht. Und im Inventar habe ich auch nichts mehr. Gut. Übersehe er doch bestimmt wieder irgendwas. Ja, ja, genau. Das habe ich übersehen. Alles von vorne. Habe ich gerade den Kater in der Hand und... Also, eine Hand auf dem Kater und die andere... Tatsächlich muss ich erst drehen. Ah, scheiße. Alles von vorne. Und eine auf WASD. Ja, du kannst mich gerne so lange liebäugeln, wie du willst. Genau. Komm, spielen wir. Hauen den Lukas. Und Lukas so, ach nö. So, wie kriegen wir den vom Totenkopf jetzt runter? Und ganz schnell wieder drauf. Wir müssen wahrscheinlich ganz schnell... ...die Seite wechseln. Ha, es geht. Hä? Ach, scheiß, die Wand dann. Ja, der Hammer, ey. Ja, der... Ich weiß nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Ich habe das übersehen. Ich habe es mir viel zu kompliziert gemacht. So, nun... Öffnet sich die Tür hier. Sehr schön. Was ist das? Da kann ich nichts dran, okay? Ja! 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 Geht aus! Geht aus! Habe ich mich erschrocken? Ja! Daran dachte ich auch, äh... Oh nein! Silent Hill! Lampenschirm! Was machst du denn? Guck mal, da ist der Typenmann von... Entweder Cry of Fear oder... Little Nightmare ist der 2. Teil. Was macht Mami da? Blödsinn macht sie da, aber wann macht sie das mal nicht? Wir haben es. Alles gut, Mousy? Passiert nichts. Es tut mir so leid, Baby. Es tut mir so leid. Nicht an die Kabel gehen. Ja, verschwinde lieber. Damit Mami dir nicht ins Auge schreie. Das tut mir leid. Habt ihr noch nicht entdeckt, was ich euch da hinten hingeschlägt habe? Oder ihr ignoriert es geflissentlich? Hm, er guckt es sich an. Aber... Er lehnt sich drauf. So ein Idiot. Ich hab denen einfach da einen Teller mit 2 Eiswürfeln hingetan. Damit sie sich vielleicht ein bisschen abkühlen können. Er lehnt sich drauf. Aber es ist besser... Guck mal, was Wauwau anstellt. Ich will nicht schon wieder schlafen. Ich muss schon wieder schlafen. Ich will nicht schlafen gehen. Mama, es ist noch viel zu früh. Entschuldigung. Oh Gott, im Himmel. Mir tun die Ohren weh. Ja, bis gleich, Grazie. Je nachdem, wie schwer das hier ist, werden wir vielleicht noch... Das ist cool. Ich bin völlig fasziniert davon gerade. Machen wir noch eben dieses eine Rätsel. Oh, das ist auch cool. Okay, da brauchen wir ein Dings. Ja. Wenn, dann vielleicht beenden, wollte ich gesagt haben. Wo kann ich... Hallo, Tütenmann. Ich komme ja nicht zurück. Verdammt. Verdammt. Kann da aber auch nichts machen. Kann ich da denn was machen? Nein. Warte. Warte. Jetzt drehen wir den Spaß einfach mal um. Hm. Da komme ich nicht her. Jetzt den ganzen Spaß zurück. Und dann gucken, was passiert. Was passiert. Ah, Moment. Da war ich jetzt gerade, richtig? Ja. 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 Das hatte ich. Das hatte ich. Was ist hier mit? Ah, das ist das. Okay. Ja, ja, ja. Man kennt es doch. Dann stellen sie irgendeinen Scheiß an. Hier war ich jetzt schon, richtig? Bin so vergesslich. Okay. Wer kennt das nicht, Grazie? Die Jungs, hier sind genauso. Okay. Hier waren wir. Hier waren wir. Und das brauche ich jetzt, damit ich die Seite wechseln kann. Wir gehen erst mal hier hin. Oh, wir sind ja am Anfang. Was ist das? Eine Uhr. Was machen wir damit? Ein Schlüssel? Was ist das? Nichts davon geht. Ja, geh raus da. Danke. Wir gucken, was in die Richtung ist. Nichts. Disappointing. Ähm. Ich weiß nicht, Grazie, ob ich gleich, nachdem wir das hier geschafft haben, je nachdem wie lange wir hier verbrauchen, beende oder wir weitermachen, weil wir weitermachen, weil wir tun eigentlich hierdurch ziemlich die Ohren weh. Warte. Kann nichts von den Sachen hier benutzen. Nein, kann ich nicht. Wir werden es einfach sehen. Was war das denn jetzt? Kann ich nichts benutzen? Kann ich nichts benutzen? Okay, dann gehen wir auf die andere Seite nochmal. Mal gucken. Ich muss gucken, wann ich morgen arbeite, aber es ist auf jeden Fall nicht so früh wie heute. Diese ganze Woche ist jetzt nicht mehr so früh wie heute. Heute war der einzige Tag, wo ich so früh muss. Das letzte Mal. Bevor der normale Alltag weitergeht. Aber ich könnte drüber nachdenken, ob ich Lust und Zeit dazu habe. Allerdings muss ich auch immer noch für nächste Woche aufnehmen, denn ich bin immer noch so schlau und schaffe momentan nicht länger aufzunehmen, dass es Schlüssel passt für mehr als zwei Wochen. Streichhölzer. Ich sammle lauter Sachen und weiß nicht, wofür ich die benutzen soll. Weil es für mich angenehmer ist. Dass du da bist? Ja, weil... Wir hatten ja mal den Deal, dass ihr gerne für mich, ähm... 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 Mods spielt. Wenn ihr dazu keine Lust habt, dann... Nehme ich euch da raus und dann bin ich wieder ohne Mods. Ist auch nicht schlimm. Ja, ja, zum Streichen von Holz. Dafür sind Streichhölzer da. Richtig. Muss ich mir, wie gesagt, überlegen. Ich muss... Ich wollte sowieso wieder mehr anfangen zu streamen. Deswegen... Ich habe es in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. I know. Weil ich einfach keine Lust dazu hatte. Natürlich habe ich das jetzt gerade aufgemacht. Ich durf. Lässt du jetzt mal... Los, danke. Du müsstest es sein, richtig? Ja. Vielleicht kann ich es ja abfackeln mit den Streichhölzern. Die Holzwand. Doof gedacht. Ja, mache ich dann ewig Lust und Zeit. Aber das Leben spielt da ja auch manchmal dann eine Rolle dazu. Dann hat man Lust, aber kann nicht, weil... Keine Ahnung. Die Kater einen belagern oder was weiß ich. Ich werde gerne belagert von denen. Vor allem, wenn sie müde sind. Und meinen... Mami, ich möchte jetzt Aufmerksamkeit haben. Aber gleichzeitig schlafen. Die legen nachts auch auf mir. Beide. Deswegen, ich schlafe super. Aber ich habe es mir so ausgesucht, also mache ich es auch. Kann das echt abfackeln. Krankenhaus? Bist du im Krankenhaus? Das tut mir leid. Nee, wieso? Echt jetzt? Oh, was kann ich... Ah, das T könnte ich als... Ich weiß immer noch nicht, wie das deutsche Wort heißt. Lever in Englisch. Ich laufe. Ich mache es gerade einen Fehler. Baldige Genesung. Ja, genau. Falls es dich betrifft. Baldige Genesung. Oh! Schon länger geplant? Das hört sich ja nicht so schön an. Das ging jetzt einfach. Ich glaube, wir können noch eins machen, oder?